Whitewall ist das Fotolabor für alle, die die Fotografie lieben. Wir sind spezialisiert auf Wandbilder. Fotos in Galeriequalität, auch für das Zuhause, kann nur Whitewall. In 2019 ist Whitewall dann Teil der CW-Gruppe geworden und in dem Kaufprozess war vertraglich geregelt, dass das System, das Whitewall damals genutzt hat, nur bis zum 31.12.2020 weiter genutzt werden darf. Somit war klar, wir müssen das System innerhalb von sechs Monaten ablösen. Durch die Übernahme von CW haben wir die Firma Whitewall praktisch neu gebaut. Die Entscheidung für SAP S4HANA in der Cloud ist gefallen. Nachdem wir schon zehn Jahre Erfahrung mit SAP hatten, war das die logische Konsequenz, uns hier entsprechend fortzuentwickeln und das modernste ERP-System auf dem Markt zu nehmen. Wir haben an SAP S4HANA unseren Webshop angebunden. Wir haben die Produktion über Standardschnittstellen angebunden, der Einkauf, das gesamte Finance und natürlich das Controlling läuft über SAP S4HANA in der Cloud. Für uns war von Anfang an klar, wir sitzen am Steuer, aber wir wollen jemand starkes an unserer Seite, der uns mal sagt, ob wir gerade links oder rechts abbiegen sollen. Und genau das haben wir in All4One gefunden. Aber auch insbesondere in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel dem Vertrieb oder auch dem Einkauf hat Euphoban einfach nochmal Expertise neu da hineingebracht und hat uns dort stark angeleitet, wie wir vorgehen sollten. Durch die Einführung ist es so, dass wir nicht mehr auf unser Paperwork warten müssen in der Produktion, sondern die entsprechenden Dokumente, die wir für den Versand brauchen, Commercial Invoice, AFU, ABD, sind sofort verfügbar. Die Effizienzsteigerung ist enorm. Die Durchlaufzeit der Aufträge hat sich massiv verringert und wir können viel mehr Aufträge an einem Tag verarbeiten. Auch das Thema Payment ist ein Thema, an dem haben wir uns echt verbessert. Die Anbindung der unterschiedlichen Zahlungsquellen, dass das immer reibungslos funktioniert, das freut insbesondere die Buchhaltung. Wir reden immer gerne bei dem Whitewall SAP S4HANA Cloud Projekt von dem Leuchtturm. Wir haben dort einmal gezeigt, es ist möglich, es funktioniert. Die S4HANA Cloud von Whitewall hatte echt eine Strahlwirkung auf den Rest der Gruppe.